Wir müssen mehr für unser Klima tun. Wir bei Benteler sind uns dieser Verantwortung bewusst, der Verantwortung für unsere Zukunft und für die gestiegenen ökologischen Anforderungen unserer Kunden. Wir können noch mehr tun. Mehr für den Planeten, mehr für unsere Kunden und mehr für unseren Erfolg als Unternehmen. Gerade im aktuellen politischen Umfeld ist das Thema Nachhaltigkeit bei unseren Kunden im Fokus und bei ihren Lieferanten, nämlich bei uns, bei Benteler. Wir müssen handeln und das machen wir. In unserer energieintensiven Branche ist das eine besondere Herausforderung. Die Dekarbonisierung geht nicht von heute auf morgen. Deswegen gehen wir in Etappen vor. Wir haben uns als Ziel gesetzt, bis 2030 in den indirekten und direkten Emissionen CO2-neutral zu sein. Das nächste Ziel ist dann die komplette Klimaneutralität. Bis 2045 wollen wir dann, dass wir unsere Lieferkette, unsere Produktion und unsere Produkte komplett auf grün umgestellt haben. So unterstützen wir den Klimaschutz und zugleich unsere Kunden dabei, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig. Dafür haben wir schon früh den Grundstein gelegt. In unserem Elektrostahlwerk in Lingen produzieren wir bereits seit 1974 Stahl ausschließlich aus Schrott. Durch diese Kreislaufwirtschaft entstehen bereits heute 75 Prozent weniger CO2 als in der heute üblichen Hochhofenroute. Doch wir wollen mehr, denn unser Klima braucht mehr. Kleinmoor. Der Name für unsere nachhaltigeren Stahl- und Stahlrohre. In drei Kategorien. Mit dem Aufbau einer grünen Produktklassifizierung wollen wir unserem Kunden mehr Transparenz bieten und ihm die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wie grün sein Produkt sein soll. Möchte er erstens den Elektrostahl wählen, der schon dreimal besser ist und weniger Emotionen verursacht als der Marktstandard, soll zweitens dieses Produkt mit Ökostrom hergestellt werden oder in der dritten Bauausbaustufe wir klimaneutrale Produkte erstellen. Mit diesem Produktportfolio unterstützen wir unsere Kunden, ihre Klimaziele zuverlässig zu erreichen und arbeiten so gemeinsam an einer nachhaltigeren Zukunft für uns alle. Kleinmoor. Mehr fürs Klima.